Jetzt haben wir noch einen, der weglage lief, und ich glaube, dass der Bub ausgebördert ist, wo man meistens mit der Krankenschwester anstellt. Aber zum Glück hat er sich immer noch ein bisschen gelb, wenn er sich nicht halt einfach halb. Wir haben schon keine Strasse, denn ich bin eher glücklich in der Schweiz. Die Leute helfen! Hilfe, liebe Leute! Aber wenigstens ist es ein Ausstieg und ich schlafe. Es ist alles im Blünenbereich, es ist etwas zu kalt, und es ist in der Ausstieg so lange, und ich kann so essen und essen. So, also liebe Schweizer! Jetzt eben! Es ist aber nicht immer so richtig. Es ist okay, vielen Dank für das Zuschauen. Adiwoll!